Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pathfinder Kingmaker. So, ich bin jetzt einfach mal ein bisschen kurz mal weitergegangen, aber ich habe eine neue Funktion hier entdeckt. So, wenn ich hier auf meine Burg gehe, dann kann ich die betreten. Dort kann ich Dinge bauen. Ich habe ein Anschlagbrett gebaut, gibt plus eins auf Militär und plus zwei auf Bonus für Beilegen von Problemen in einer Region beschränkt. Auf Baronien mit einem rechtschaffenden Gesinnung. Das sind wir. Und denke ich mal, Probleme wird es wahrscheinlich am Anfang erstmal noch zu Genüge geben. Und dann schauen wir mal. So, ein bisschen weitergegangen. Hier ist eine Eiche, die gewandert ist. Da würde ich sagen, da gehen wir einfach mal hin und betreten das. Und schauen mal, was dort sich verbirgt. Aber ich habe jetzt das Gute, das kann man immer wieder mal seiner Leute dann Aufgaben erteilen. Und mal schauen, wo, dass sie dann die Dinge erledigen, während man hier irgendwo auf Reisen ist. So, da ist eine Druyade. Okay. So, du machst mal einen Segen. Du sprichst mal dein Liedchen. Sie scheint böse zu sein. Okay, dann geht mal ein bisschen nach vorne. Autsch. Autsch. Autsch, noch mehr Autsch. So, du machst mal. Ja, ich glaube, das war's. Ja, als Nahkämpfer ist unsere Octavia besser als Magierin. Deswegen überlege ich vielleicht beim nächsten Mal sie als... So, schauen wir mal. Da ist ein Geheimnis. Schriftvolle Wirklichkeit und eine Sichel. Plus eins. So, dann sammeln wir mal ein. Ich glaube, das war's hier, oder? Schauen wir mal. Ob hier noch irgendwo was ist. Ja, die wahnsinnige Druyade. Und dann... Dann passt das. Schauen wir mal. Nö, sonst ist hier nix. Deinerseits noch mal schauen. Ah, außer in einem schönen Wald. Ist da nichts. So, dann... Nehme ich den Dolch mit. Was denn hier für einen? Schlepp ich jetzt nicht die ganze Zeit die ganzen Sachen mit mir herum. Das Ende ist nahe, Harren. So, Schattentiefen. Das klingt schon wieder so... So fies. So, wo war denn die gute... Ich weiß nicht, irgendwo... Ich soll ja mal sie wieder besuchen. Ich weiß nicht, mit einer alten Eiche. Ne, da war das Schwein. Da war die verlassenen... Friedliche Flussbiegung. Ich weiß, hier hinten war irgendwo der eine... Hier hinten war... Ach stimmt, Krampfurt ist sogar angeschrieben. Das heißt, wo ich hin muss. So, und nach Horscheid. Nach Horscheid zurück, weil ich muss das, glaube ich, das Quest zurückgeben. Dann geht das Hauptquest weiter. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich hier den Umweg zu den Schattentiefen. Dann schaue ich mal, wie ich da... Was da noch so gibt. Ob ich da was machen kann. Oder ob es auch noch zu schwer für mich ist. Nein, ich bin jetzt Level 5. Ich habe aber noch einen Ring des Schutzes. Meine ich... Stab verschwinden? Ne. Stab fallen finden. Stab raster Rückzug. Sicher. Schlag. Da ein Ring des Schutzes. Du kannst den Ring des Schutzes mal anziehen. Da ist die Rüstungsklasse 8. Ne, ist besser für dich. Du bist im Nahkampf. Du hast nicht mal eine Rüstung. Das ist ja fies. Alle Charaktere sind erschöpft. Ja, das kennen wir ja langsam. So. Seid ihr sehr gütig, Tristan. Es ist schwer, euch allen... Ich beziehe Kraft aus meiner Göttin. Wenn Trauer mir aufsteigt, bete ich zur Chariné. Es ist die Spende, Trost. Und etwas kochen. So. Fortfahren. War das letztes Mal auch schon so schlimm? Aber ich glaube, letztes Mal bin ich nicht so viel. So. Wieder eine Zufallsbegegnung. Da bin ich mal gespannt. Das sieht ein Bandit und ein brandter Troll. Okay. Ich vermute mal. Ich vermute mal. Okay. Die Zufallsbegegnung. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, was ist schlimmer? Die Trolle, oder? So, du kannst schon mal einen Sekentauben machen. Du gehst auf ihn, du gehst mal da weiter, und ihr zaubert mal fleißig, so, du kannst doch hier in so schönen Feuerding zaubern. Stopp, hast du gezaubert? So, du bitte gehst mal hier in die Mitte und zauberst einfach mal ein bisschen, mal alle ein bisschen hoch. So, du kannst, ich glaub nix gegen Trolle machen. So, aber bevor du da wohl, ich weiß nicht wie lang die am Boden bleiben. So, ein kurzer Augenblick, bis gleich. So, ich hab dich jetzt auf. So, ich hab mich festgeroll. So, ich hab mich festgestellt. So, ich hab mich festgestellt. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 du gehst mit du gehst hier auf den troll flint du sollst dich auf diesen troll hacken so so betreuer kann man gut mit feuer besiegen so aber jetzt ist mal gut mit deinem so ich glaube das war es oh das gab bestimmte menge also was haben wir denn da da haben wir ein bisschen und scheiß ja quasi nur mist nur mist so säure und alchemistenfeuer das ist gut das mal mit trank des verschwindens kann man auch mit leichte armbrust so dass da und das und eine schriftrolle des wolfs herbeizauern was das so und wir gehen weiter so wir gehen jetzt noch mal zum zu den Schattentiefen ich schau mal ähm so ich speichere nochmal schnell ab und geh mal hinein und gucken wir mal was wir dort finden und dann werde ich versuchen mal mit dem Hauptquest weiterzumachen das heißt ich gehe zurück zu meiner Burg rum so Schattentiefen im nördlichen das Gewölbe erkunden ok ah dass wir eine Nacht verbringen so 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 das sieht ja nett aus ich glaube da gibt es ein Einzelspiel da kannst du so anfangen damit hier kannst du wahrscheinlich in die Wölbe rein gut alles klar Dann würde ich sagen, ich beende jetzt die Folge und wir sehen uns in der nächsten. Bis gleich. Ciao.